Ja, guten Morgen, Frau Pelan. Mit diesem kleinen Liedchen lassen wir Ihnen das sehr schwierig. Wir wollen uns bedanken für den netten Musikunterricht, für die Lieben in vielen Texts, die wir bei Ihnen geschrieben haben, für das Vorsingen, was wir einzeln machen mussten teilweise, für den netten Flötenunterricht, der uns sehr viel Spaß gemacht hat, wo wir immer sehr nette Noten bekommen haben. Ja, dafür singen wir Ihnen dieses tolle Lied hier. Wow, wollen wir mal? Du bist eine Muse, die jeder hier kennt, und nur der Heideweit, welch ein Feuer hier rennt. Du singst schöne Lieder den ganzen Tag, ach, und du weißt doch, dass jeder dich mag. Aber, hey, so, hey, so, kein Arzt, denn da für ihn warst du einen Atem, du brauchst uns schon mit einem Bett, an schönem Buch. Okay.